Ja, hallo liebe Freunde klassischer Motorräder. Willkommen hier im Motorrad News Indergarten. Kleiner Karlauer meinerseits. Das ist die neue Royal Enfield Continental GT650. Ihr kennt vielleicht den 1-Zylinder. Das ist der nagelneue 2-Zylinder. Man sagte uns, es ist eines der ersten Motorräder, die überhaupt nach Europa gekommen sind. Ja, und wir wollen euch jetzt mal vorspielen, wie dieses Motorrad so klingt. Wir haben es schön warm laufen lassen und der Sound ist wirklich gut. Ein tolles Motorrad, glaube ich. Wir sind gespannt. . Untertitelung des ZDF, 2020